ja leute herzlich willkommen zu einer neuen folge jo ninos heiße platte und wir haben heute niemand geringeren zu gast als levy viele kennen von euch levy finde 02 auf twitch einer unserer aushängeschilder von hansa football absolute maschine im gameplay der wird mich heute auf jeden fall ja gut zerstören denke ich markus als beim letzten mal schon gemacht weil es echt nicht einfach ist nebenbei die fragen zu stellen und auch noch einigermaßen gut schiefer zu spielen von daher wir gehen jetzt rein viel spaß mit dem video wenn euch das format gefällt dann lasst gerne leichter abonniert auf jeden fall diesen kanal und aktiviert die glocke und haut immer gerne in die kommentare welche streamer demnächst hier sein sollen auf der heißen platte welches team in frage kommen wenn ihr auch fragen vorschläge oder irgendwie sowas habt auch gerne in die commis und jetzt gehen wir rein viel spaß mit dem video ok leute hier sind wir wir haben levy eingeladen levy herzlich willkommen grüß dich sehr gerne sehr gerne ich habe mir gedacht am anfang das hansa e-football team mal so ein bisschen abarbeiten das kommt ganz gut und ja da können wir eigentlich dann auch schon direkt zur ersten frage kommen bevor wir aber anfangen mit den gegebenheiten bist du vertraut wenn du top plus bist sozusagen kannst du einmal wenn du eine frage nicht beantworten willst kannst du sagen ist mir zu heiß dann musst du nicht darauf antworten hier auf heißen platte ok sehr gut ok dann kommen wir zur einstiegs frage also levy spielt hier mit seinem welt quali team er hätte mich auch nur ein qualifier team hier rasieren können mit den leihspielern und so aber einstiegs frage von mögo gaming kommt die der war nicht der letzte hier wie stehst du zum thema auswahl dann und kannst es dir persönlich vorstellen auszuwandern ja ich will niemals nie sagen ja aber ich wahrscheinlich er nicht weil ich glaube sagen muss dafür bin ich hier mit freunden mit wie auch immer allem zu sehr verwurzelt würde ich einfach sagen ja ja länder auf jeden fall ich würde unbedingt mal wahrscheinlich irgendwie in die usa oder so was auch immer er war auswandern könnte ich mir könnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen ja also ist bei mir ist bei mir ähnlich so weil es auch so freund und familie und so angeht gerade eltern und so ist bei mir auch ein thema genau eben das ganze drumherum und so das wäre mir dann schon wichtiger ok dann gibt es ja vielleicht auch leute die sich nicht kennen dann kannst du ja noch mal sagen wer bist du was machst du und wo kommst du eigentlich her ich bin levy rieck ich komme aus köthen aus sachsen anhalt ja dürfte wahrscheinlich zählt eigentlich nicht so viele kennen das ist ein kleines städtchen aus sachsen anhalt eben wo uns aber in rostock ich wohne in rostock genau seit 2021 bin ich hergezogen und spiele ja für hansa rostock an der konsole studieren nebenbei noch lehramt auch sonderpädagogik ok leiser ist mir quasi und studium fordert ein ja auch immer was würdest du sagen dass seine stärkste eigenschaft eine stärkste eigenschaft muss jetzt nicht auf studium genau einfach generell ja es ist immer schwer sich selbst einzuschätzen ich würde jetzt aber so behaupten dass ich sehr empathisch bin also mich ganz gut in leute hinein versetzen kann und auch eine gute menschenkenntnis habe also nicht ewigkeiten brauche um menschen menschen einzuschätzen ja glaube gerade dann auch wie gesagt im studium du lernst immer wieder neue leute halt doch eben kennen jetzt im e-sport und so und dann glaube ich dass ich relativ schnell einschätzen kann wem ich was anvertrauen kann und wie die leute so ein bisschen ticken naja und ich denke so sagen ja okay kommen wir vielleicht später noch mal darauf zurück was würdest du sagen dass deine schwächste eigenschaft ich bin sehr ungeduldig ok hat er dann auch so passt auch so ein bisschen zu deinem coach ich glaube der das gleiche gesagt naja sehr ungeduldig und ich habe gerne so ein bisschen über alles so die hand habe also ich gebe es ungerne dinge irgendwie ab ja ich muss okay so ein bisschen der weiß nicht ich mache das lieber alles lieber irgendwie selber als das anderen in die hand zu geben irgendwie und das manchmal halt auch nicht gut und nervt halt auch ein bisschen meine mitmenschen kann wenn freunde und so ja ja okay okay interessant dann müssen wir sagen hast du ein bestimmtes ziel im leben levy ein bestimmtes ziel tatsächlich jetzt nicht ich glaube so ein allgemeines es gibt denke ich bei vielen finanzielle freiheit erstmal dass man natürlich gesund bleibt und den menschen umher herum egal ob freunde familie wie auch immer wenn man die möglichkeit dazu hat das bestmögliche leben wahrscheinlich zu ermöglichen unabhängig jetzt egal was man macht und aber das was ich kein ziel einfach gesund bleiben ja eigentlich primär auch immer das wichtigste denke ich du hast auch so ein bisschen geld angesprochen wie viel euro netto bräuchtest du monatlich um ein gutes leben zu spüren so was glaubst du also ich bin wirklich relativ minimalistisch naja ich gebe tatsächlich jetzt gerade eigentlich mein geld nur für essen aus muss ich sagen also ich kaufe mir ganz ganz wenig mal sachen oder wie auch immer mehr dann so viel lifestyle ja gebe ich mein geld aus der zu sagen je nach wohnungspreis ich würde aber wahrscheinlich nur so 2000 euro netto wird sagen ok krass es geht eigentlich ok muss auch dazu sagen ich habe halt aber auch kein auto und sowas ja ja kein führerschein das spielt natürlich auch ein bisschen rein also naja klar leid schiebt sich daran so spiegelt sich daran dann so ein bisschen wieder dass ich nicht ganz viel nebenkosten habe wahrscheinlich ja ok 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 hast du geschwister ich habe eine große schwester ja wie alt ist die jetzt das jetzt eine anscheinste frage 23 23 ok interessant ja das ist ein gutes alter hast du angst dass sie irgendwie würdest du sagen deine schwester sieht gut aus ich würde sagen es liegt in der familie würde ich jetzt so sagen wahrscheinlich ok 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 also ja ok gut interessant ja würdest du sie auch sag ich jetzt mal wenn du du wirst jetzt auch ja eigentlich tag betagt dadurch dass du in der vbr aktiv bist und so auch auf twitch ein bisschen bekannter würdest du so sie da auch raushalten oder hättest du auch angst dass sie dann irgendwie dann mal von irgendwelchen komischen leuten angeschrieben werden wird oder so angst hätte ich jetzt nicht weil du kannst du halt nicht vermeiden er hat aber jetzt auch schon freund seit über drei jahren glaube ich ja zusammengezogen alles gut gemacht die sind auch schon zusammengezogen und alles ja ich glaube dass man sie wenn man so ein bisschen größer wird und irgendwie halt bisschen person des öffentlichen lebens wird muss man sich glaube ich damit abfinden aber am liebsten weil sie natürlich da aus allem raushalten ganz klar naja fühle ich fühle ich auf jeden fall und wenn wir haben jetzt schon so ein bisschen mit seiner schwester auch so deine kindheit angesprochen hattest du irgendein krasses einprägsames erlebnis so und deiner kindheit oder so tief sowie negativ oder ja irgendwas war was du sagst okay das ist krass hängen geblieben bei mir also kann sowohl als auch sein eigentlich nicht muss ich sagen ich glaube also zum glück eigentlich nicht also ich habe jetzt kein großes negatives einschneiden des erlebnisses meiner familie geht es gut ich habe jetzt keine keinen verlust oder so als kind ja ich selber war jetzt nicht meine irgendwie schwer krank oder so hat es ja auch viele die gerade im kindesalter dann irgendwie von einer schweren krankheit oder vielleicht auch im unfall hat nur so betroffen waren ja deswegen also negativ zum glück nicht positiv positiv ich erinnere mich halt gerne so mein erstes hansa erlebnis oder wann das mich erinnere ist der aufstieg erste liga 2007 war das glaube ich ja ja und wie soll ich fünf und da war ich auch im stadion mit meinem mit meinem dad alle sache das wahrscheinlich so positiv so ein einprägsames erlebnis auf jeden fall es hat noch mal geprägt du hast ja schon gerade erzählt dass deine schwester in der beziehung ist bist du selbst in der beziehung momentan ich bin nur mit vieler an der beziehung und gibt es moment wo du dir manchmal eine wünschst ja auf jeden fall naja aber jetzt auch nicht halt um jeden preis weil gerade das was ich mache also wie gesagt fiefer nimmt schon sehr sehr viel zeit in anspruch jetzt fliegen wir nächste woche nach london da ist man von donnerstag bis montag auch unterwegs ja auch natürlich auch jemanden den der das halt mitmacht also ich bräuchte dann jetzt nicht eine die dann stress machen oder so sondern dann auch schon wo man sich gegenseitig unterstützt und deswegen natürlich wünscht man sich das schon weil er halt gibt einem ja auch enorm viel wenn es halt eben gut läuft ja aber ist jetzt auch nicht so dass ich jetzt auf teufel kommen raus die man erst nicht das unbedingte verlangen danach hast du dann schon mal beziehung oder wie viele hast du bislang ich hatte eine ja und die das war so glaube ich so neunte bis zwölfte klasse also relativ lange auch so drei jahre oder so ja irgendwie sowas also schulzeit halt aber es war jetzt auch nicht keine kindergarten beziehung nennen ist du die erste erste große liebe richtig so man hält da noch lange fest und so am ende ja genau aber dann aber auch jetzt nicht gestritten oder so alle jährige zu sein ding halt ja ok 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 da ist es würdest du sagen du bist auch ein mann für eine nacht tatsächlich gar nicht muss ich sagen ja es ist jetzt nicht so dass es das noch nie gab ja ja gut die frage war auch noch gekommen dass das noch nie gab aber gerade weil also es hat mir dann jetzt nichts gegeben oder so er ja nicht dass ich sage ich brauche das immer wieder hält ja ja safe 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 deswegen würde ich würde ich sagen nein ok gut denn ist auch eine gute frage hattest du schon mal mehrere eisen im feuer auch nicht auch nicht tatsächlich noch nicht es wäre bestimmt mal witzig halt so sagen es wird sich in dem sinne von anspruchsvoll oder einfach dieses weiß weiß nicht ok ok aber ne hatte ich nicht okay interessant und dann ist auch die nächste frage das würde dann aber glaube ich auch ausschließen hattest du schon mal ein date mit einer frau dass du abgesagt hast für ein date mit einer anderen frau tatsächlich tatsächlich habe ich das noch nicht und kein gut aber ich hatte tatsächlich doch wirklich auch noch nicht viele dates klassische dates und gab es ganz ganz selten ja ja also du hast sie dann schon immer so gezielt so eine rausgepickt so ja wenn halt aber auch kalt ganz ganz selten war jetzt dann wie gesagt nach rostock gezogen ja ja dann neue staats und so ja ja erst mal dann auch alleine also eigene wohnung und so ja dann blieb da halt auch nie viel zeit dass man sich irgendwie gedanken macht oder so oder generell jemanden kennenlernen teilt ja ja eben deswegen gab es noch nicht so viele dates in dem sinne aber schreibst du so mit paar gehört so auf insta und so gar nicht gar nicht okay auch mit blauen haken und also aus meiner erfahrung heraus bringt der blaue haken schon also er bringt schon was mit sich also eine theorie aufgestellt er hat ja auch einen blauen haken er wurde gesagt dass der blaue haken der multiplikator so mal drei mal von denen das dinge ist alle die in mathe aufgepasst haben egal wie hoch der multiplikator ist sobald du ihn mit null multipliziert ja gut aber würdest du sagen bei dir meine situation aber vielleicht ist bei dir auch 0,1 oder so und dann hast du am ende trotzdem nur 0,3 chance oder so ist aber eine wilde theorie da müssen wir irgendwann nachfragen ich denke 50.000 euro levy was machst du damit netto ja netto direkt auf der hand jetzt hier und hier und jetzt oder sagt paypal und als die für die 50 kater als würde wahrscheinlich erstmal in urlaub machen der eltern und freunden also zweimal und dann aber wird so viel oder so wie es geht das geld an anlegen damit es mehr wird also dann ja das schließt ein bisschen der kreis zu meinem minimalistisch sein ich denke da dann schon an die zukunft und probiere dann irgendwie das aus diesen 50.000 irgendwann mal mehr werden halt vielleicht okay ja interessant aber jetzt vielleicht bisschen random aber es ist dir peinlich nackt zu sein kommt drauf an vor wem eigentlich okay jetzt so also auch jetzt vielleicht so sei jetzt mal von leuten die jetzt vielleicht nicht so kennst also du würdest du würdest du so weiß nicht fkk strand oder sowas gehen im urlaub strand jetzt nicht aber es ist zum beispiel ich glaube tatsächlich das habe ich bei vielen beobachtet so fußballer oder generell die sport machen ja quasi das gewohnt sind nach dem training duschen zu gehen er sei beobachte das oftmals wenn ich im fitnessstudio bin also es juckt mich jetzt nicht wenn ich dich gehe danach duschen und dann ist gut halt so ja 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 selber auch glaube ich durchaus welche die die sich dann da irgendwie schämen oder wie auch immer so das habe ich jetzt nicht ja dann muss ich sagen ist bei mir auch so also auch so wenn früher oder so ich war nackt oder physio oder betreuer oder so oder betreuerinnen dann in dem sinne kommen dann irgendwie in die kabine oder so gibt mir alles gar nicht ich stehe da da wie ich bin also weil man einfach damit so aufgewachsen ist dass man nach dem training dann halt duschen geht so ja und das ist ein guter call ja man wird ja damit groß eigentlich sind ja so guter call safe dann worauf achtest du beim aussehen einer frau ganz besonders ich achte wirklich besonders auf die augen ja generell die augen also bin schön wenn mädchen schöne augen hat oder wenn die so heraus stechen ja dann achte ich darauf und auf die zähne muss sagen oh ja schönes lächeln ist wichtig also klar also das lächeln dann somit inbegriffen halt ja 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 wirklich für dich so darum die zwei sachen so da würde ich wahrscheinlich schon also die würde ich jetzt nennen gibt es ein körperteil was du an dir besonders sexy findest aber vielleicht kannst du mir eine sache an dir nennen die oder kannst du mir eine sache nennen die die an mir gefällt jetzt muss nicht aussehen sein oder so allgemein zur sache die an mir gefällt irgendwie oder nicht oder die auch nicht gefällt kannst du auch sagen ich fand dass du redet also von anfang an ja sehr aufgeschlossen warst und probiert hast also man weil so wie gesagt ich war ja quasi im endeffekt der neue im team und halt auch generell in der stadt und so ja 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 von anfang an das gefühl dass du willst dass es mir hier gut geht so ja natürlich ist bereit von anfang an und so natürlich das ist auf jeden fall schon positiv hervorzuheben ja das ist ja auch normal so ist ja nicht man bekommt ja auch nicht alle tage sei jetzt mal jemand neues in die stadt sondern der dann auch für den verein performt und so und da muss man natürlich auch für denjenigen da sein ist jetzt nicht so wie na wir ist ja nicht so wie in sage ich jetzt mal in der mannschaft wo du dann so 20 25 leute um dich herum hast wir sind so unser team ist begrenzt und und wenn dann von fünf oder sechs leuten vier sagen das macht schon einer es kümmert sich schon eine um den dann ist auch doof ja das stimmt aber ich würde nicht sagen dass es selbstverständlich ist also ja sicherlich auch andere charaktere denen das egal wäre ja eine frage habe ich noch kam auch von zuschauern gibt es leute in der e-sports szene mit denen du dich überhaupt nicht verstehst jetzt nicht mit denen ich mich überhaupt nicht verstehe das würde ich nicht sagen ja aber durchaus leute ohne jetzt natürlich halt namen zu nennen wo ich sage den will ich mehr zeit verbringen mit denen will ich weniger zeit verbringen aber ich glaube dass ja überall im leben halt so ne leute mit dem man besser zurechtkommt es gibt immer leute mit dem man weniger zurechtkommt es gibt doch sicherlich leute die dasselbe jetzt auch über mich sagen würden naja lass mal levi so auf den keinen bock was er völlig in ordnung ist er aber ja klar gibt auch aber jetzt habe ich mit niemanden streit oder so okay dann sind wir hier schon am ende angekommen die partie war absolut wild würde ich sagen wir haben wir konnten wir können uns nicht zum gameplay und sein aber 46 spricht für sich hat auf jeden fall mega bock gemacht ja muss ich auch sagen wir sind noch ein paar paar skater vorne haben wir mal am start ganz wichtig noch der nächste streamer oder die nächste streamer in dir kommt was soll die einstiegs frage sein aber ich weiß nicht du weißt nicht wer kommt du weißt nicht wer kommt meine frage für den nächsten streamer ist wenn du noch einen tag zu leben hättest was müsstest du sagen das muss ich jetzt auf jeden fall noch mal machen und du kannst machen was du willst egal ob das mit einer person ist das ein erlebnis ist was auch immer was würdest du machen wenn du noch einen tag zu leben ist naja es ist ein guter call ist ein guter kurs interessantes interessante frage gut levy an der stelle vielen dank hat unglaublich spaß gemacht das sollte schon auch wieder gewesen sein freunde unglaublich coole folge glaube ich konnte levy glaube ich noch mal ein bisschen besser kennenlernen wenn ihr noch fragen an ihn habt werdet euch gerne an ihn direkt ich habe seine ganzen kanäle sämtliche kanäle unten in der video beschreibung verlinkt da könnt ihr gerne mal vorbeischauen auch sehr sympathischer streamer auf twitch nicht nur dass er im e-sport erfolgreich ist dass ihr euch gameplay technisch was abschauen könnt sondern wie ihr heute festgestellt auch ein sehr cooler und guter mensch und ja levy dir gehören die abschließenden worte lasst hier auf jeden fall gerne ein follow da like auf das video ganz ganz wichtig und jonas dankeschön für die einladung sehr gerne und ich hoffe du ziehst das format weiter durch ich finde das echt cool muss ich sagen ich bin gespannt wer die nächsten sind und will wir noch so rankriegen und ja ich hoffe das video hat euch gefallen freunde macht's gut und rein ciao ciao